So, was denn da ist hier, ja? Ich glaube, das ist gar nicht so gut, kann man das hier halt auch machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh ja, no. Und dann ist es noch ein paar Sachen, ein bisschen電話, doch noch ein paar Stunden. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.